Hi. Perfekt, dankeschön. Ach, du kennst dich ab, oder was? Ciao. Ja. Post ist da. Und wollen wir mal sehen, was der gute Mann alles gebracht hat. Wir machen erstmal das eine hier auf. Was ist das? Ah ja, genau. Die Sturmhaube. Die werde ich heute definitiv schon mal benutzen, denn ich friere mit meinem Jethelm immer ordentlich die Stirn ab. Dann haben wir hier die Wunderhandschuhe. Genau, die habe ich bei Polo bestellt. Da bin ich mal gespannt. Und die sind aber ziemlich fett. Okay, da wollen wir mal sehen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die werden diesmal schon halten. Wie gesagt, ich habe die sonst von John Doe, so ganz einfache Lederschuhe. Und da friere ich mir mal ziemlich die Hände ab. Da bin ich mal gespannt, ob das was bringen wird. Aber erster Eindruck. Fühlt sich sehr gut an. So Leute, heute geht es zu Wewelsburg. Heute fahren wir mit dem Johannes. Der hat eine Kawasaki Vulcan. Dann fahren wir zweimal mit einer Suzuki. Zweimal eine Intruder, einmal eine 800er, einmal eine 1500er. Und soweit ich weiß, Manuel hat eine Honda Naked Bike. Einfach damit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Auf jeden Fall gibt es heute erstmal einen kleinen Japantorn. Viel Spaß damit. »The Lim fans hoch» »Mass Aka« »Mass Aka« »Mass Aka« » Kopf Sankt« »Mass Aka« »Mass Aka« dann schmeiß wir an das Ding Junge, machen wir mal hier Alarm so jetzt fahren wir jetzt fahren wir eine Runde erstmal zu Tom holen den da ab Manuel wartet ja da auch Tom jetzt vor mir abgeholt jetzt rufen wir erstmal Daniel den Schlangen ab und da geht es direkt zur Babysport ja ich habe mir zum Beispiel die Windtouchu gekauft weil mir die Finger immer fast abfrieren und wie man bei Tom sehen kann der Typ ist echt schmerzfrei der fährt komplett ohne Handschuhe scheiß egal welches Wetter aber nicht normal so 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 Und bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao.